Reiseskizzen und Reiseerinnerungen sind aktuell in der Galerie Albstadt zu sehen. Unter dem Titel Neuland nehmen hier verschiedene Künstler den Betrachter mit in ferne Länder. Von der Ostsee bis zum Mittelmeer, von Dänemark und Schweden bis nach Italien, Griechenland und Santiago de Compostela. Das, was die Künstler in ihren Werken zeigen, ist dabei immer eine ganz eigene Wiedergabe ihrer Erinnerung, die in Zeichnungen festgehalten wird und sich grundlegend von bekannten Texten oder Fotos in Reiseführern unterscheidet. Bis zum 4. Oktober können Besucher der Albstädter Galerie noch in den eigenwilligen Reiseerinnerungen schwelgen.